Bastelzeit und ich glaube es ist an der Zeit. Ich muss dann doch wieder ein bisschen was PC-Bastelei betreiben. Und zwar geht es um den PC auf dem ich normalerweise meine Videos mache. Aktuell, da ist das ein recht altes System. Da drin werkelt ein i5 der vierten Generation, zwei Kerner mit vier Threads. Was eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein Problem ist, aber es ist ein U-Modell. U-Modell, das ist Ultra Low Power, in dem Fall hier limitiert auf 15 Watt, also wirklich was an Dampf ist da nicht dahinter. Ist auch schon die Serie so zehn Jahre alt. Mit an Bord sind 16 GB RAM. Mehr geht halt nicht. Aber bisher war es schneiden noch relativ gut möglich und das hat einen Grund, nämlich die Grafikkarte. Drin steckt eine P4000, das ist aus der Pascal-Generation, also die 10 irgendwas. Das ist eigentlich eine Karte aus dem Business-Umfeld. Kann man sich leistungstechnisch vorstellen zwischen einer 1060 und 1070. Auch schon ein bisschen was älter. Aber da ich ja üblicherweise einfach nur Videos zeige und jetzt nicht groß mit Effekten rumhantiere oder so, ist es in den meisten Fällen halt ausreichend. Aber eben halt nur in den meisten. Langsam merkt man es, langsam tut es so ein bisschen weh. Insbesondere der fehlende RAM ist nicht so toll und der Prozessor langsam nervt es halt dann doch, wenn man was mit Prozessor machen möchte. Das heißt also, ich hätte gerne etwas Neues. Also, was hätte ich denn gerne? Das lässt sich recht gut zusammenfassen. Erstmal einen neuen Prozessor und zwar einen, der kein U hat. Also nichts, was irgendwie Low Power ist, sondern einer, der tatsächlich auch ein bisschen höher kommt. Vier Kerne sollten es auch mindestens sein. Aktuell sind es ja nur zwei. Also vier Plus wäre gut. Und was für mich auch noch ab und zu wichtig ist, es wäre gut, wenn das Ding eine vernünftige Single-Core Performance hat. Einfach mit dem Hintergedanken, dass ich einige Lasten habe, wo ich weiß, dass die nicht auf Multicore skalieren. Deswegen auch in Anführungszeichen nur vier Kerne. Ja, könnte eventuell helfen. Und als ich zusammengestellt habe, da habe ich dann noch eine Entscheidung getroffen. Über die kann man später noch mal ein bisschen mehr reden. Und zwar Prozessorhersteller. Ich hatte mich nämlich damals auf Intel festgelegt. Das hatte einen relativ einfachen Grund. Bei meinem alten System war es ja auch ein Intel. Da kenne ich mich quasi schon so ein bisschen damit aus. Und was mir beim alten System immer wieder den Hintern gerettet hat, das ist eine Funktion von den Intel-Karten, nämlich QSV, Quick Sync Video. Das ist eine Beschleunigung für Video Decoding und Encoding, also das Erstellen und Wiedergeben von Videos, die in Prozessoren aus der Core-Generation drin ist, wenn sie eine Grafikkarte drin haben. Das heißt also, wenn man da so Videomaterial erstellen oder abspielen möchte, dann ist das quasi eine CPU-Last von Null, weil das macht dieser spezielle QSV-Teil. Spoiler, würde ich heute wahrscheinlich nicht noch mal machen, aber wie gesagt, können wir später ein bisschen drüber reden. Ja, was soll das System ansonsten noch Schönes haben? Ich hätte gerne deutlich mehr RAM, weil der limitiert mich doch ziemlich. Ich möchte mindestens vier Tabs in Chrome aufmachen. Das heißt also, 64 GB RAM sollten es schon sein. Okay, Spaß beiseite. Wahrscheinlich gehen da ein paar mehr Tabs, aber 64 GB wäre schon sehr, sehr schön. Das ist so ein Wert, den habe ich auf anderen Systemen schon am Laufen und damit kann man relativ flüssig arbeiten, ohne dass man da ständig in Bottlenecks läuft. Mehr natürlich gerne, aber hey, 64 minimum. Ansonsten Grafikkarte, die ich drin habe. Die ist zwar für meine Zwecke eigentlich noch okay, hat aber ein Limit und zwar 8 GB an Grafikkartenspeicher. Ist nicht direkt ein Limit. Also wer spielen möchte, ist damit wahrscheinlich meistens immer noch recht gut dabei und auch Videoschnitt hat selten da etwas, wo man gegenläuft. Aber manchmal spiele ich auch so ein bisschen mit KI-Sachen rum und ja, da sind 8 GB dann ein bisschen wenig. Ich weiß, KI ist ein ziemlicher Hype und in den meisten Fällen jetzt nicht so sinnvoll, das auf privater Hardware zu fahren, wenn es überhaupt sinnvoll ist. Ich nutze es aber tatsächlich an einigen Stellen produktiv mit speziellen Sachen, die dann auch genau das abdecken, was ich halt hier machen muss. Von daher ein bisschen mehr RAM wäre schon gut, um da ein Problem wegzukriegen. Das heißt also so 10 GB, 12 GB VRAM und gerne mehr Leistung. Und das Ganze, wenn es geht, mit einer Nvidia-Karte. Einfacher Grund, Nvidia, die haben bei ihrem Compute, also wenn man nicht Grafiken für Spiel oder so berechnet, sondern wirklich Mathe auf den Karten macht, dann haben die ein System, das nennt sich CUDA. Und das wird deutlich besser unterstützt als die anderen Alternativen. Das heißt also üblicherweise OpenCL ist so der große andere Pol, der dann auf allen anderen Karten wie AMD, wie Intel und Co. laufen könnte. Aber ich weiß, wie gesagt, dass die Sachen, die ich benutze, CUDA deutlich besser unterstützen. Also Nvidia, it is. Ansonsten, ja, irgendwas Aktuelles wird schon passen. Irgendwas, was NVMe kann, also M.2-Slot vorzugsweise für eine vernünftige SSD. Und wenn es die Auswahl gibt, gehe ich lieber auf DDR4 als 5. Einfach, weil ich von DDR4 noch hier Zeugs rumliegen habe, was ich eventuell verwerten kann. Und, ja, Rammgeschwindigkeit ist für mich ohnehin eher selten da ein Thema. Und ansonsten, naja, I'm not picky. Ich nehme gerne gebrauchtes Zeug. Dann landet es nicht auf dem Schrott und meistens reicht es ja für mich. Ne? Das heißt, ich bin dann mal auf Gebrauchtjagd gegangen und, naja, solche Sachen, die machen bei mir immer wieder Kopfschmerzen, weil ich möchte möglichst Consumer-Preise bezahlen, aber die Consumer-Features sind halt nicht schön. Gerade wenn man halt im Enterprise-Sektor sonst unterwegs ist und die Vorzüge von sowas wie ECC-RAM oder von redundanten Sachen kennt, dann ist es manchmal ein bisschen nervig, so den Standardkram von der Stange zu holen, der dann Funktionen nicht hat, wo man schon weiß, dass das einem irgendwann in den Hintern schneifen wird. Aber, eh, wird schon schiefgehen. Wie gesagt, das Ding nutze ich zum Videoschneiden. Das ist jetzt nicht ganz so kritisch. Wenn es halt ausfällt, dann wird das Video einen Tag später geschnitten. Ja, solange wir Backups haben, passt ja alles. Also, fangen wir mit dem Prozessor an. Da habe ich mich ja schon auf Intel festgelegt und das ist ein bisschen nervig, weil, ne, so wirklich viel getan hat sich bei den Prozessoren erst in der letzten Generation und die ist teuer. Allerdings habe ich auch keine Lust, so viel Geld auszugeben. Ich habe dann gebraucht relativ günstigen Prozessor schießen können, den man sonst eher selten findet. Das ist nämlich der i7-8086K. Einziger Grund, warum ich den geholt habe, war günstig und ein vernünftiger Kompromiss. 8086 ist eine etwas seltsame Nummer. Das ist so eine kleine Hommage an den 8086. Quasi der erste Prozessor, den es in dieser x86-Familie gab. Der kam 1978 raus, also jetzt schon über 45 Jahre her. Der 8086K war eine Jubiläums-Edition zum 40-Jährigen. Das heißt also jetzt auch schon wieder etwas über fünf Jahre alt. Aber, ne, passt erstmal. Von den Spezifikationen, wir haben sechs Kerne. Hyperthreading wird unterstützt, das heißt zwölf Threads. Das Ganze läuft mit einem Basistakt von 4 Gigahertz und kann im Turbomodus bis 5 Gigahertz hoch. Das klingt erstmal nicht schlecht, weil, hey, höherer Turbo heißt dann auch, bei Single-Core können wir eventuell noch was rauskitzeln. Was wir allerdings am Namen auch schon sehen, 8000er, also achte Generation, Coffee Lake. Es ist nicht toll. Er ist älter, aber er hatte halt alles, was für mich relevant ist. Wir haben die ganzen Hardware-Beschleunigungen für so die üblichen Mathe-Aufgaben für AES, wenn man was verschlüsseln möchte. Und auch die integrierte Grafik. Das ist 9.5. Generation, schimpft sich das. Die kann zumindest mal so die Standardsachen, das heißt H.264, H.265, H.P.8 und teilweise auch H.P.9 mit bis zu 4K. Also, naja, das Einzige, was gegenüber den neuen Generationen im Grafiksektor fehlt, wäre dann AV1. Aber, naja, sehen wir mal realistisch, das ist eh noch nicht so groß verbreitet. Das heißt also, achte Generation ist zwar alt, aber ich sehe jetzt keinen so großen Leistungssprung, der den Preissprung halt rechtfertigt. Wie gesagt, den hier konnte ich günstig schießen. So ein Prozessor bringt jetzt aber nichts. Wenn man nichts hat, was den Kühl bekommt, da bin ich dann doch den Neuwarenweg gegangen. Arctic Freezer i13X war halt irgendwie so etwas, wo ich sagen würde, okay, das ist von dem Preis-Leistung ganz okay. Die CPU-Klasse, die ich mir gekauft habe, kann das Ding auch wohl kühlen. Also, boah, nehmen wir den. War nicht teuer. Grafikkarte, das ist das zweite Ding, was ich als Neuware geholt habe. Nämlich eine RTX 3060 mit 12 GB. Die ist relativ verbreitet gewesen, als ich mir den Rechner zusammengestellt habe. Hatte wieder halbwegs brauchbare Preise und ja, von Preis-Leistung auch an der Stelle nicht wirklich viel besser, das zu bekommen. Ich hatte mal nach gebrauchten Modellen geguckt, aber die waren meistens dann auch nicht so viel günstiger und wenn ich neu kaufe, habe ich Garantie. Machen wir es so rum. Wer sich jetzt ein bisschen auskennt, wird da eine kleine Diskrepanz gesehen haben. Achte Generation Intel, RTX 3060. Die stammen aus ein bisschen unterschiedlichen Zeiten. Am meisten merkt man das bei dem PCI-Express-Bus. Die 3060 nutzt nämlich PCI-Express 4.0. Achte Generation Intel kann aber nur PCI-Express 3.0. Vereinfacht heißt das, ich kriege nur die Hälfte der Geschwindigkeit. Die Grafikkarte könnte 32 GB pro Sekunde, der Prozessor aber nur 16 liefern. Das ist natürlich mal eben eine Halbierung der Performance. Auf dem Papier. Die Sache ist aber, zumindest mal bei meinem alten Setup, war GPU-Bandbreite nie wirklich ein Bottleneck. Das ist immer so um 10-20%-Bereich rumgealdet. Und das war bei 2.0, also nochmal halbiert, glaube ich. Das heißt also, ich erwarte jetzt eigentlich nicht, dass ich mit meinen Arbeitslasten wirklich da einen riesen Bottleneck habe, wenn ich nur PCI-Express 3 fahre statt 4. Ich werde natürlich auch mal ein Auge draufhalten, aber es würde mich sehr wundern, wenn bei Videoschnitt oder so KI-Zeugs das wirklich ein Thema wird. Weil bei diesen Lasten geht es eher darum, ich schiebe Daten hin und dann müssen die erstmal berechnet werden. Und da ist die GPU selber der limitierende Faktor und nicht das Hin und Her. Weiter geht's. RAM bräuchte ich noch. Da konnte ich auch wieder gebraucht was schießen, was gut aussah. Nämlich ein Set 2x32 GB von Corsair. Aber einfach irgendwelcher Standard-RAM passt schon. Netzteil? Mal ein bisschen rund geguckt. Das sollte jetzt nicht das schlechteste sein. Halbwegs brauchbare Effizienz. Ich bin dann letztendlich bei einem Anamax S-Galaxy gelandet. EGA 850 EWL. War günstig. 850 Watt sollte mehr als ausreichen für das Setup. Und die Effizienz sah jetzt nicht so schlecht aus. Realistisch gesehen wird es auch nicht so viel ausmachen, weil ich habe jetzt nicht vor, den Rechner 24-7 laufen zu lassen. Aber sollte passen. Und Anamax ist auch so eine Marke, wo ich sagen würde, okay, der traue ich so weit, dass sie da nicht direkt explodiert, wenn ich da irgendwie was dran hänge. Fehlt noch eins. Mainboard. Meine Anforderungen ans Mainboard sind ja. Ich hätte gerne ATX, also den großen Standard, nicht diese eingedampften Boards. Das schränkt schon mal die Auswahl ein bisschen ein. Und der Grund dafür ist, ich hätte gerne möglichst viele RAM-Slots, also üblicherweise heißt das vier Stück und nicht nur zwei. Ich hätte gerne möglichst viel PCI Express, mindestens zweimal 16 und einmal einfach. Und ich hätte gerne möglichst viele SATA-Anschlüsse. Einfach mit dem Hintergedanken, dass ich dann nochmal irgendwie Platten dranschieben kann oder irgendwas, was ich dann lokal Cache machen kann. Kurz zur Erklärung. Meine Videodateien, die speichere ich üblicherweise auf einer NAS. Ich habe aber intern bei mir nur ein Gigabit-Netzwerk. Das ist da ein ziemlich limitierender Faktor. Müsste ich mal aufrüsten. Aber ja, aktuell ist es Gigabit und damit plane ich jetzt auch erstmal in der ersten Ausbaustufe. Momentan sieht halt mein Arbeitsablauf so aus, dass ich die Videodateien vom Video, an dem ich arbeite, einfach vorher lokal auf die Platte nochmal drauflege oder eine SSD wahrscheinlich realistischer, sodass ich die lokal liegen habe, eine höhere Geschwindigkeit habe. Wenn ich dann fertig geschnitten habe, dann gehen die Daten wieder zurück zur NAS. Also, welches Mainboard? Nun, auch da konnte ich wieder was Schönes Gebrauchtes finden auf dem Papier. Nämlich ein ASRock Z370 Pro 4. Ist relativ alt, aber passt halt zur CPU. Die ist ja auch nicht die neueste. Das Board selber, das hat zwei 16-fach Slots, drei einfach Slots und sogar noch ein PCI. Okay. Vier Steckplätze für RAM, zweimal M.2 für SSDs, auch mit NVMe, was recht wichtig ist. Ihr wollt NVMe-SSDs. Und sechsmal SATA. Was ein bisschen schade ist, das Ding hier kann halt auch nur ein Gigabit. Bei neueren Mainboards findet man teilweise, dass auch 10 Gigabit schon ab Werk verbaut ist oder 2,5 Gigabit wenigstens. Hier nur ein Gigabit, aber wir haben mehr als genügend PCI Express frei. Das heißt, im Zweifelsfall kann man da ja noch ein bisschen was nachrüsten. Nach und nach sind dann die ganzen Pakete eingetrudelt. Das heißt, ich konnte den auspacken, habe dann schöne Netzteile hier und Mainboards hier und Prozessoren hier und natürlich den RAM. Ja. Und an der Stelle, ach, da fingen dann meine Probleme an. Denn eigentlich hatte ich mit Gebrauchtkäufen relativ wenig Stress in der Vergangenheit. Aber man hat natürlich immer ein Risiko. Sowohl bei privaten Verkäufern, einfach weil es da sehr viele Leute gibt, die ja mäßig ehrlich sind. Aber auch sowohl bei Privat- als auch Firmenverkäufern das Problem, dass viele keine Ahnung davon haben, was sie überhaupt da in der Hand haben und entsprechend dann Fehler machen, die man eventuell übersieht. Und so einer, den habe ich auch beim RAM. Denn die Beschreibung lautete definitiv zweimal 32 Gigabyte. Ja, das ist dummerweise falsch. Denn wenn wir mal auf die Typen-Nummer gucken, dann ist das die CMK32GX4M2A2666C16. Da ist eine 32 im Namen. Das ist aber dummerweise der Kit-Name. Das hier ist nämlich ein 32 Gigabyte Kit. Das heißt, die Steine sind 16. Zweimal 16 statt zweimal 32. Es ist nervig. Aber gut, ich bin mir recht sicher, dass die Typen-Nummer auch in der Beschreibung stand. Das heißt also, ja, das war auch so ein bisschen Dummheit von mir. Ich habe halt nicht gegen geprüft, sondern einfach nur das im Titel akzeptiert. Rechtlich könnte ich das jetzt zurückschicken. Ja, auch wenn derjenige sagt, er macht keinen Rücknamen. Sorry, aber das ist dann definitiv Betrugsversuch im Zweifelsfall. Und wenn man dagegen klopft, müsste er es wahrscheinlich tauschen. Aber ehrlich gesagt, selbst für ein 32 Gigabyte Kit aus 16 Gigabyte Steinen war der Preis gut. Von daher, ich habe ihm eine Nachricht geschickt, dass er bitte zukünftig darauf achtet. Passt schon. Ich behalte den RAM. Denn wie gesagt, Preis passt noch. Und ich habe jetzt auch keine Lust, noch länger zu warten. Also bauen wir den Kram zusammen. Basis ist natürlich das Mainboard. Das Mainboard haben wir hier. Und ja, was gehört da rein? Offensichtlich der Prozessor. Also Sockel auf und Sekunde mal. Was ich dann mit meinem Auge erspäht habe, war dann auch wieder nicht gut. Nämlich das. Da ist ein Pint verbogen. Das ist in dem Fall extrem nervig, weil ich habe es extra von einem Händler gekauft. Mit dem Hintergedanken, naja, ein Händler bietet schon sinnvolle Sachen an. Offensichtlich nicht. Eigentlich wollte ich hier schon den RAM-Weg gehen und sagen, okay, den Schaden, den fresse ich selber. Weil der Pin, wenn man den nachguckt, auf den Pin-Out, der hätte nur einen RAM-Slot oder zwei RAM-Slots betroffen. Nicht schön, aber wäre erst mal funktionsfähig gewesen und ich will das Ding am Laufen haben. Allerdings, naja, das war die Feder, die mir ins Auge gesprungen ist. Wenn man dann aber noch mal ein bisschen genauer hinguckt von der Seite auch. Ne, keine Chance. Da sind auch an anderen Stellen Pins nicht ganz richtig. Ich habe keine Lust, den Prozessor da zu riskieren. Das heißt, an der Stelle musste ich dann tatsächlich in den sauren Apfel beißen. Habe den Händler angeschrieben, hier geht es doch nicht. Ist komplett kaputt, unbenutzbar. Und ja, er hat mir tatsächlich dann das Geld auch erstattet. Mainboard durfte ich sogar auch behalten. Also mal gucken. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine wunderschöne Folge mit, wir versuchen mal einen CPU-Sockel gerade zu biegen. Aber ehrlich gesagt, ich habe da nicht viel Hoffnung. Diese Federn, die sind leider sehr anfällig. Und zumindest die eine am RAM-Slot, die hat auch schon einen Riss drin im Metall. Also da ist nicht viel zu machen. Also ja, ich habe einen kompletten PC, aber kein Mainboard. Das hilft mir nicht weiter. Also wieder auf die Suche gegangen. Auch diesmal bitte wieder einen Händler. Und ja, bitte irgendwas, was möglichst unter einer Woche liefert. Denn ich will das Ding zusammenbekommen. Habe dann was gefunden. Das ist eine Runde größer als das vorher. Wir hatten vorher ja das Z370 Pro 4. Was, was ich jetzt gefunden habe, ist das Z390 Pro 4. 390 war der größere Bruder vom 370, hat einen anderen Chipsatz. Hauptunterschied dabei ist, dass der 390er zusätzlich USB 3.1 Generation 2 X1 kann. Die neuen USB-Namen sind toll. Einigen wir uns einfach auf USB-C mit 10 Gigabit. Jetzt nicht unbedingt so relevant für mich, aber hey, wenn da, ich nehme es. Ansonsten ist es relativ gleich. Es gibt immer noch 2 x 16-fach Slots, 3 x 1-fach Slots. Der PCI-Slot ist allerdings entfallen. RAM, M.2 und SATA sind aber gleich. Was leider auch gleich ist, weiterhin nur 1 Gigabit. Schade. Und immerhin, das Mainboard kam dann diesmal in einem Zustand an, der funktionsfähig aussieht. Das heißt also, alles zusammenbauen, CPU auf das Mainboard. Dabei natürlich aufpassen, dass man selber keinen Unfug da baut, was die Federn beschädigt. Wie gesagt, diese Sockel sind leider extrem anfällig. Ich will mein PGA bitte zurück. CPU selber muss da natürlich gekühlt werden. Der neue Kühler, der ist schon fertig, hat schon so ein Wärmeleitgedönse drauf. Das heißt, ich werde es jetzt erstmal so benutzen. Das sieht jetzt nicht so schlimm aus und ist halt noch frisch. Ansonsten M.2 rein, Grafikkarte rein, Netzteil dran und Feuer frei. Und das sieht schon mal gut aus. Ich kriege Bild und es funktioniert. Zumindest mal booten geht. Ich werde natürlich noch komplett hier Mem-Test machen, Last-Test machen, Stress-Tests und alles andere. Aber fürs Erste würde ich sagen, PC fertig. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen zu machen. Am Ende natürlich das Fazit, aber vorher Bonusrunde. Gamer zu Weißglut bringen. Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne Systeme baue, die seltsam sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ich hatte mal ein Video gemacht, wie man irgendwie so Verlängerungskabel für Grafikkarten zusammenstückeln kann. Naja, sowas ähnliches könnte es jetzt hier auch geben. Erinnert ihr euch dran, dass ich statt den gewünschten 64 GB nur 32 GB bekommen habe und dass ich explizit DDR4 wollte. Naja, ich habe da noch was. Nämlich zwei Steine 32 GB. Also 64 GB zusätzlich. Yay! Macht dann zusammen 96 GB, oder? Kann man mit leben. Es gibt nur ein kleines Problem. Ja, den RAM, den ich habe, das ist SO-DIMM, also RAM aus einem Tiny-PC oder, wie man so gerne nennt, Laptop-RAM. Eigentlich will man Laptop-RAM nicht haben, weil die sind üblicherweise langsamer als die großen Bausteine. Ist auch hier der Fall. Das Ding hier, das hat maximal 2133, der Große hat 2666, aber wie gesagt, RAM-Geschwindigkeit ist für mich eigentlich auch kein Thema. Und das hier ist ja ohnehin kein Thema, weil Notebook-RAM passt ja ohnehin nicht in normales Desktop-Mainboard. Oder? Nee! Wie wäre es denn mit diesem formschönen DDR4SO, dem Adapter? Da kann man nämlich hier so ein Notebook-RAM reinmachen. Zack! Und jetzt hat man den in Full-Size und kann den in den normalen Rechner machen. Nein, das ist keine gute Idee. Nein, das möchtet ihr nicht nachmachen. Aber nur weil man was nicht machen soll, hat das mich ja noch nie davon abgehalten. Die beiden Notebook-RAMs sind damit also in den Rechner reingewandert. Nach dem Motto Klasse statt Masse. 2x32 plus 2x16 macht in meinem Kopf 96 GB RAM statt 32. Das ist schon mal ein bisschen deutlich mehr. Und ja, glücklicherweise relativ stressfrei. Ja, sicher, es hat den RAM ausgebremst. Das war mir ja schon von der Beschriftung soweit klar. Aber Mem-Test lief einwandfrei durch. Und auch wenn das Ganze in DMI-Decode dann ein bisschen cursed aussieht, wenn man hier SO-DIMM und normale DIMMs mischt, zumindest von der technischen Seite, funktioniert es alles. So, und das ist dann jetzt meine wunderschöne Editing Station, die ich mir jetzt mal fürs erste zusammengebaut habe. Zusammengefasst habe ich jetzt also diesen 8086K mit 96 GB an RAM, einer RTX 3060 mit 12 GB V-RAM und halt dem Zeug, was ich hier rumliegen hatte, also eine 1 TB NWMI zum Beispiel. Und die 12 TB Festplatte, die ich hier gezeigt hatte, ist jetzt auch da dran. Ich hatte, wie man eben sehen konnte, mal ein paar Benchmarks unter Windows gemacht, einfach weil es da mehr Benchmark-Software gibt, die bekannt ist. Sah jetzt nicht so schlimm aus. Von daher, boah, passt. Am Ende wird das Ding natürlich nicht mit Windows laufen, sondern da kommt, wie üblich, ein Arch Linux drauf. Das hat zwar zugegebenermaßen an einigen Stellen ein paar Funktionen weniger, die ich gerne hätte, aber dafür geht nicht so ein Linux-System einfach mal mittendrin kaputt, weil irgendeiner denkt, hey, komm, wir machen ein Zwangs-Update und testen das nicht vorher oder sonstigen Kram. Und hat sich das Ganze jetzt gelohnt? Ja, das kommt drauf an, denn, ja, wie heißt es so schön? Nachher ist man immer schlauer. Ihr erinnert euch dran, dass ich gesagt habe, dass ich gerne eine Intel-CPU haben möchte wegen dem QSV, weil das in der Vergangenheit mir halt so viel geholfen hat? Ja, der Hintergrund war, ich habe auf der Grafikkarte die ganzen Berechnungen gemacht für Filter und so weiter und habe dann Videos über QSV auf dieser entsprechenden Intel-CPU kodieren lassen, also das Encoding da laufen lassen. Das heißt also, die haben sich die Last aufgeteilt und damit hatte ich die höchste Rendering-Geschwindigkeit. Die Sache ist, naja, jetzt, nachdem ich das neue System mal benutzt habe, ich benutze QSV gar nicht mehr. Ja, die NVIDIA-Grafikkarten laufen nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Ich hatte gedacht, die Encoding- und Decoding-Sachen bei NVIDIA wären im Prinzip einfach nur normales Compute. Das heißt also, dass sich die Leistung zwischen Berechnungen und Encoding-Decoding aufteilt. Anscheinend ist das aber nicht so. Denn anscheinend ist dieser ganze Encoding-Decoding-Kram ein komplett eigener Block und das Einzige, was da sich gegenseitig beeinflusst, ist halt Maximum Power Draw bzw. die Abwärme, die dann die ganze Grafikkarte limitiert. Am Ende habe ich bei meinen Messungen aber gesehen, dass NVIDIA-Enc zu benutzen tatsächlich in allen Fällen schneller ist als QSV. Und wenn ich das gewusst hätte, naja, dann hätte ich natürlich auch zur Konkurrenz gehen können und mir eine AMD-Karte holen können. Ich sage ja, nachher ist man immer schlauer. Was heißt das in Zahlen? Naja, wenn wir jetzt nur CPU, Mainboard, RAM, Grafikkarte, Netzteil und gegebenenfalls Lüfter uns angucken, dann war gegenüber einem aktuellen Intel-System, wenn ich mir aktuelle Intel-Komponenten gekauft hätte, direkt im Laden, da habe ich eine Ersparnis von ungefähr 30%. Das ist ehrlich gesagt weniger, als ich vermutet hätte, aber anscheinend kommt man da bei gebrauchten Sachen nicht ganz so gut weg. Wobei man jetzt natürlich zugeben muss, die Grafikkarte war Neuware. Das heißt, da hätte man wahrscheinlich auch sparen können, wenn man auf eine ältere Generation gegangen wäre, was ich aber ja nicht wollte. Das ist aber wie gesagt mit Intel. Wenn wir von AMD reden, dann reden wir von, pff, mit etwas Glück 10% Ersparnis. Und das ist dann so die Preisregion, wo ich dann auch ins Überlegen komme, vielleicht doch neu kaufen, weil, naja, wenn man neu kauft, weiß man, dass man keinen Unfug geliefert bekommt, was halt hier zweimal der Fall war. Einmal mit dem kaputten Mainboard und einmal mit dem falsch gelieferten RAM. Und ja, zusätzlich hat man zumindest noch auf dem Papier Garantie. Ob man die bekommt, ist natürlich immer eine Frage. Manche Hersteller, die sind da sehr speziell. Aber, hm, okay, ist halt etwas, was man sich dann überlegen muss. Um trotzdem für mich noch so ein bisschen Peace of Mind zu kriegen, rechnen wir die Festplatte, die ich mir da gebraucht und geholt hatte, noch mit rein. Die haut dann nochmal deutlich mit dabei. Da reden wir dann von einer Ersparnis von fast 45% bei Intel-Systemen und immerhin 20% wären es dann bei einem AMD-System gewesen. Wobei ich zugeben muss, die Festplatte, die hatte ich jetzt nicht für jedes System geholt. Die war unabhängig und wo die dranhängt, ist am Ende dann auch mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kann darauf zugreifen. Aber ja, hat zumindest finanziell nicht so viel gespart, wie ich es gerne gehabt hätte. Trotzdem, es ist ein funktionierendes System. Hatte bisher keine Probleme damit. Also trotz dieser etwas speziellen Bastelei mit dem RAM und den unterschiedlichen Generationen, die da drauf verbaut sind an verschiedenen Stellen, läuft es zumindest stabil. Das Einzige, was jetzt aufgetreten ist seit dem Kauf im Netzteil, da scheint irgendwo ein Lüfter, ein bisschen schwieriges Lager zu haben. Aber das sind halt Standardlüfter, die zu tauschen, das ist dann auch keine große Sache. Wie gesagt, das war finanziell, was natürlich ideologisch bei mir so ein bisschen dazu kommt. Die meisten Sachen, die ich mir hier gebraucht geholt habe, die wären sonst wahrscheinlich auf dem Schrott gelandet. Und hey, hier so haben wir halt Elektroschrott vermieden. Können den hier noch sinnvoll einsetzen. Und bei solchen Systemen, die halt wirklich nur selten betrieben werden, da ist dann auch die Effizienz, die neue Systeme bringen, nicht unbedingt so problematisch. Ist ja nicht so, dass ich 24-7 an der Kiste rendere oder sonstigen Unfug treibe. Gut. Genug gefaselt. Ihr könnt ja mal unten in den Kommentaren schreiben, wie ihr euch entschieden hättet, so bei den Anforderungen, die ich habe. Bei mir war es ja eher durch Verfügbarkeit und Preis getrieben. Und ja, alles, was da irgendwie so halbwegs in meine Schiene gepasst hat, wurde halt gekauft. Kann man mit Sicherheit besser machen, wenn man genauer plant. Aber mich würde es halt allgemein mal interessieren, kauft ihr überhaupt noch selber gebrauchte Systeme oder doch lieber direkt die Neuware, weil man halt weiß, was man bekommt. Aber egal, wie man es macht, am Ende muss es halt laufen. Das tut es bei mir. Und naja, danach zu urteilen, dass ihr in letzter Zeit auch die Videos immer sehen konntet, würde ich sagen, dass auch der Rechner die ganze Zeit das tut, was er soll. Und das ist es, was wir auch im Moment.